Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Heine, wer ist deines Erachtens wohl der beste Jodler der Welt? Für mich? Für uns alle? Ist der Franz Lang weit der Beste und ich glaube, so lange wie der jodeln kann, bleibt er der Beste. Ja, und den haben wir heute eingeladen. Unseren Franz Lang, den haben wir eingeladen. Einen Jodler höre gern, unser Jodlerkönig, Franz Lang. Einen Jodler höre ich gern, auf der Nähe und von der Ferne. Mit der Liebe im Herzen drin, singt ihn jede Sönderin. Darum stehe ich jedes Jahr in die Berge, dann in die Stadt. Und ich sing mit frohem Sinn, weil ich dann in Urlaub bin. Und ich sing mit frohem Sinn. So ein Jodler wird beleidt, der bringt Stimmung und macht Freu. Wie ein Händler, der Sommenschein, leuchtet er ins Herz hinein. Überall im Alpenrand ist ein Jodler wohl bekannt. Immer wieder singt ihn, die Sommenschein, leuchtet er ins Herz hinein. Und ich sing mit frohem Sinn. 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 Und ich sing mit frohem Sinn.